Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei GDA Online, wunderschöne Rennen. Und wieder mal stelle ich mir die Frage, welche Karre ist die beste? Die Wagner. Ich nehme Wagner, ich bin ein Fan von Wagner. Wagner läuft rauf und runter. Ja, ich nehme das irgendwas auch, den Dibautschi, den Dibautschi Wagner. Den du meinst, den Dibautschi Wagner, vielleicht spricht man das, aber Dibautschi klingt so ein bisschen besser. Was glaubst du denn, wenn ich vielleicht heute auch mal über Platz 12... Hallo, heute ist schon dabei. Du bist im Schlaf, völlig dabei. Welche Karre denn? Welche Karre denn? Dibautschi, nimm den Dibautschi Wagner. Wagner, Wagner. Super geil, Leute, super geil. Was denn? Super geil. Ich verlängere. Warum macht ihr denn schon an? Ja, weil die Zeit runterlief, Max. Wir mussten Entscheidungen treffen. Guck mal an, haben die gleiche Karre, nur Max wieder hier tanzt aus der Reihe mit seinem Scheiß Essen und Matten. Max, das ist für eine Versuch, Max. Das ist für eine Individualität hier mit drin zu haben, Max, Mann. Wir sind bei mir immer noch im gleichen Video übrigens, Max. Das ist eine wichtige Information. Finde ich auch schön, dass du in meiner Folge nicht müde wirst, das zu erwähnen, damit es noch so verrückt wird. Nein, natürlich werde ich nicht müde, das zu erwähnen. Das ist ja auch nur... Ich kann es ja ausschneiden, gerade am Start, der ist ja nicht wichtig. Richtig, wir sind ja auch ein Kanal quasi. Das stimmt. So, jetzt machen wir einen schönen Unfälle da vorne. Ja, jetzt fliege ich bestimmt gleich wieder am Anfang raus. Geil, danke. Und durch da, durch da, Bergmann, durch da. Ja, genau, natürlich liege ich auf der Seite. Das ist natürlich schon wieder auf dem 12. Das ist einfach eine geile Zeit. GDA-Rennen. Es ist immer, es klingt auf dem Papier so gut, wenn wir das in der Redaktion vorschlagen, dass wir uns immer wieder auf den Channel bringen. Und es klingt immer wirklich so gut und die Leute sagen, na klar, ist immer eine mega lustige Nummer, Dominik, wenn wir da zuschauen können, wie du dein komplettes Leben hinterfragst. Und irgendwie, aber ja, aber zumindest für 10 Minuten haben wir ein gutes Bild daraus. Ich kann ihn nicht hören, weil, du bist so weit vorne, ja. Du bist so weit vorne, ja. Nein, 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 nein. Ihr müsst jetzt einfach auch mal ein bisschen, ihr müsst mal mal ein bisschen kämpfen, ein bisschen hasern. Oh, Max! Stabil. Hast du es gesehen, Alter? Nee, aber ich habe es gesehen. Ich muss jetzt mal so ein bisschen was challengen. Ich verstehe das schon. Hast du es gesehen? Nee, ich habe es gesehen. Ja, nice. Ja, gut. Habt ihr jetzt noch was? Direkt ein dreifacher Gefühlsausbruch zum Anfang der Episode. Einfach, damit die Leute wissen, woran sie sind. Ich habe von Hannah Sauna einfach gleich. Boah, ich mache hier aber auch Aktionen. Ich nehme immer zu viel Tempo auf mit dem Flieger und dann lasse ich mich so ein bisschen... Ja. Ich lasse ein bisschen zu viel Liebe rein, wisst ihr? Inwiefern? Ins Kerosin oder was? Gemischt? In den Tank, in den Tank, in den Tank. Ja, das Luft-Kerosin-Gemisch ist einfach zu... Ich bin verbunden mit diesem Flugzeug. Wir sind eins, ein rotes Flugzeug. Es gibt eine schlimme Krankheit, die so heißt. Ja. Entschuldigung, sie haben rotes Flugzeug. Kerositas heißt die. Ich habe irgendwie ein eigenes... Ich bin mega verwirrt gewesen gerade. Aber Öli ist mal wieder vorne, das freut mich natürlich. Boah, da bin ich aber knapp noch reingekommen. Oh! Oh! Da bin ich knapp noch reingekommen. Okay, jetzt habe ich einen Unfall gebaut, Leute. Jetzt bin ich nah an euch dran. Ihr habt mich alle überholt. Ist das das Problem jetzt nicht mit der Karre hier, dass man von hinten so weggeschubst werden kann? Yes, baby. Yes. Ja, das heißt, ich werde jetzt da vorne in mein Näschen. Okay, das ist direkt hinter mir. Boah, ja, jetzt endlich sehe ich mal deinen Po. Ich sehe jetzt mal deinen Po. Einmal vor dir sein, dann kann ich das Video auch schon hochladen. Max, wo bist du denn? Wir werden vorne bei Öli und dem anderen hier. Den baller ich jetzt hier kurz weg. So. Zack, Öli kurz weg hier. Den anderen auch noch. Oh Gott. Bist du da rein, Dominik, oder was? Ich bin ein bisschen rein, ja. Ich bin leider jetzt gedreht worden. Das wäre meine Chance gewesen, deinen Hintern hinter meinem Hintern zu verpachten. Jetzt geht's ab, Leute. Ich bin weg hier. Ciao. Okay. Oh Gott. Oh nein, jetzt mache ich den. Ja, da habe ich ihn in der Ruhe. Ja, nee. Oh, was macht der? Das muss schon eine Drei-Sekunden-Regel sein, Dominik. Dieser Raketenschuh. Weißt du, ich habe das einfach nur nicht. Du hast halt mehr und länger und, äh. Ja, ich habe halt echt einen längeren. Du hast mehr und länger. Raketerin. Raketerin. So, sagt man das. Oh, hier muss man ja da lang. Scheiße. Oh Gott. Oh, was ist das hier? Ich wollte mich, so. Oh, da gehe ich mal lieber, wie ist das denn, aus dem Tempo raus. Ne, immer draufhalten. Der Zielfreu. Rein, Alter. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Welcher bist du, Max? Was glaubst du, ist dein Erfolgsrezept hier? Bist du einfach, ähm ... Controller? Ja. Den habe ich ja auch. Ja, und dann einfach auch vielleicht ein bisschen Erfahrung, also ich spiele es dir doch ein bisschen öfter als du. Das stimmt, das stimmt natürlich. Ghul Talent natürlich dann. Schlussend. Natürlich, ganz bei dir ... Ich glaube, ich glaube das Aussehen spielt auch einfach eine große Rolle hier. In GDA, natürlich. In GDA Online spielt das Aussehen eine riesige Rolle. Im realen Leben. Im realen Leben. Davon sprichst du jetzt wieder, Max. Das willst du jetzt wieder anfangen. Willst du jetzt aufs Aussehen gehen, hm? Was ist denn das hier? Achso. Das ist ganz genau, dass ich hart dafür gearbeitet hab. Riesig Knapp an. Na, ab hier. Also ich hab dann, nachdem ich verwandelt wurde, hab ich keine Sounds für kurz, für 5 Sekunden oder so. Das ist mega irritiert. Nee, bei mir sind die Sounds da. Strange. Also heute war läuft bei mir heute irgendwas schief, Leute. Komm mir dafür schief. An deinem Hack-Client. Ja. Ich glaub auch, dass Tim einfach hackt. Ja. Das ist eigentlich alles, das ist die komplette Erklärung. Tim hackt. Deswegen regt er sich auch immer so über andere Hacker auf, weil das das einzige ist, was ihm Konkurrenz gibt. Genau. Jetzt hab ich's rausgefunden. Genauso ist es, genau so ist es dann, Nick. Boah, den Windschatten voll ausgenutzt hier, Alter. Der kleine Hacker. Vierter bist du immer noch, Max. Ja, ne, dritter jetzt gerade. Boah. Auf welcher Platzierung bist du drin? Sechs. Ui. Und du? Sieben. Hey, nein, was machen die denn hier immer? Das ist immer noch an deinem Ernst. Oh, 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 oh. Nein, ich hab einen ausgelassen. Das kann nicht wahr sein. Oh, schade. Da seh ich den Looping. Da seh ich ihn den Looping machen. Ja, ich wurde halt leider von jemanden weggedrückt. Ja, natürlich. Kann schon mal passieren. Klar, das kann man natürlich nicht beeinflussen. Das ist absolut die Schuld des anderen. Ja, darf ich mal jetzt einen harten Kunst, hautes Kunststück. We-ha. Ja, baller mal in Kedos rein. Ich baller hier nirgendwo rein. Boah, das wär doch cool. Das wär doch lustig. Das wär doch fancy. Das wär lustig. Das wär richtig funny. Das wär so geil, Alter. Ich glaub, ich würd so abfeiern. Max, kenne ich mich auch gerade. Soll ich dir vielleicht Tim für die Thumblands noch irgendwie verschiedene enttäuschte, wütende Posen oder sowas vorbereiten? Ne, aber du könntest für mich. Ich brauch dringend mal ein paar coole Screenshots vor meinem Flugzeug von hinten. Da kannst du ja ein paar coole Screenshots gerade machen, oder? Ja, natürlich. Das kann ich, das kann ich mal machen. Oh, sicher da. Sicher da. Jetzt, jetzt wollte ich mir grad... Ah, nein, Mutter. Da brennt die Muschi. Sag mal. Ey, ich bin Rang erhöht. Ich bin noch Rang 100, glaub ich. Ich bin auf jeden Fall Don. Ne, das war beim Autofahren, glaub ich. Das wär's ja gewesen. Oh, das ist aber der Jet. Kann jetzt aber locker in mich reinfliegen gerade hier. Oh nein, was macht er denn hier? Oh, sorry, Mann. Tschüss. Bei mir... Ja. Stille. Oh, Hüli, Alter. Oh, es gibt nichts. Es macht wirklich Spaß, Leute zu überholen. Habt ihr schon mal GDR 5 gespielt? Nee, das... Ich hab mir von so einem Kommentar gelesen. Über jemanden, der meint, habt ihr schon mal GDR 5 gespielt? GDR 6 ist geiler. Oder nee, GDR 6 wird geiler. Entschuldigung, ist ja noch gar nicht draußen. Ja, was zur Hölle. Oh, oh, oh. GDR 6 ist geil. GDR 6 ist geil. Nein, nein, nein. Oh, das kann ich wahr sein. Ich verkack dir gerade so hart. Ja, danke, das war's. Alle Blätze verhauen. Mark. Vertrauf, 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 vertrauf. Das war... Das Dritte, Alter, das Dritte, ey. Das Dritte? Ja. Schau dir gern die Dritten? Ja, manchmal. Ich schau gern Arte. Gas, 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 Gas. Dominik! Jetzt reizt die mal langsam mit denen. Ne? Mit was? Ja, mit den Anspielungen. Mit dem Feuer, das hinter mir rauskommt. Ja. Das ist dein spanisches... Es brennt einfach heiß. Auf was für einem Platz bist du, Max? Ich bin jetzt 7. Jetzt bin ich gleich 8. Weil hier gerade irgendwie alles daneben geht. Dritter. Dritter bist du schon wieder. Du hast dich vorgearbeitet. Du kleine, kleine Schlüge. Max wollte noch ein bisschen ausführen, wie es dazu kam. Und du hast ihn gar nicht mehr ausreden lassen. Doch, Max fühl gerne aus. Wie kam es dazu? Was? Ich fühl dich gerne mal aus. Ein schönes, schickes Restaurant oder sowas. Das hast du schon so oft gesagt. Das hast du nie gemacht. Das stimmt. Aber irgendwann... Dreht ihr euren Kopf auch mal mit? Wird das Geld öffert euch? Wird das Geld öffert euch winkeln? Ne. So doof bin ich nicht. Das hat mit Doofheit nichts zu tun. Doch, absolut. Achso. Das ist dein Geheimnis. Nein, absolut doch. Ich mach das auch. Für die Sache, ja. Ach, Dreck, Alter. Schade. Schade. Aber... Dabei sein ist alles. Sag ich immer. Boah, du bist ja... Jo! 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 Boah, Max! Ich verlass' ich auch für einen aggressiven Angriff hier. Was mit Max los? Da will ich auch mal zuschauen. Ach, Max ist hier auch schon durch. Max ist schon durch, Alter. Max ist durch, Alter. Ich würde sagen, ein zweites Rennen. Hängen wir noch dran. Glückwunsch Bergmann. Vielen Dank. Wenigstens einer. Ich hab nämlich heute Geburtstag. Das stimmt nicht. Ich dachte eigentlich, dass wir das ein bisschen schöner gefeiert hätten. Diesen Rang 100. Was? Dein Geburtstag? Nee, diesen Rang. Ach, dass du jetzt auf Rang 100 bist? Ja, in dieser Folge bin ich live auf Rang 100 gekommen. Okay, dann hören wir jetzt mal zu. Okay. Ich finde, du hast bisher viel in deinem Leben erreicht. Tolle Kurzfilme in Minecraft. Tolle Let's Plays. Du bist auch ein Mensch. Und das hier. Das, was du jetzt aber geschafft hast, diesen Rang 100 zu erreichen. Man mag vielleicht sagen, das haben andere in GTA auch schon gemacht. Aber zum einen live on tape. Und mit so einer Leistung auch. Wie du sie hier Tag für Tag an den Mann bringst. Ich glaube, das können nicht viele von sich behaupten. Und deswegen würde ich gerne für jedes Level, das du in GTA erreicht hast, dir einen Cent schenken. Wenn wir uns das jetzt machen. Ein bisschen wenig. Kannst du auch irgendwie das ein bisschen öffentlich zelebrieren. Das sind Euro. Vielleicht machen wir da so eine Facebook-Veranstaltung, wo wir Milliarden Menschen einladen. Das ist eine gute Angelegenheit. Stichwort Tessa oder wie die hieß. Man muss irgendwie so eine große Party irgendwie machen. Kennst du es nicht? Dieses Mädel, das hier in Hamburg diese Party da gemacht hat? Dominik, erstmal möchte ich mich für die Worte bedanken. Und ich möchte mich für die Worte begeistern. Aber das fiel mir sehr schwer. Ihr müsst den Tausender wettet, Leute. Ich habe mit dem Tausender gewettet. Englisch übrigens. Wo habe ich denn den Gag? Letztens habe ich irgendwo einen mega Gag gehört. Wo war das nochmal? Auf irgendeiner... Das ist so genau mit dem Twin TV, auf der Weihnachtsfeier. Wo irgendwie wir uns unterhalten hatten. Und plötzlich droppt irgendwie Dennis. Ihr wisst schon, der eine von den Twins. So. Ja, in English Please. Fand ich mega den Gag. Weißt du? Die ganze Zeit Deutsch unterhalten und plötzlich so... In English Please. Ja, da muss man betrunken für gewesen. War natürlich nicht... Ja, der Funke ist komplett rüber gesprungen gerade. Danke, Funke. Der Funke! Boah, was war das denn jetzt hier, Alter? Ich wurde von da runter geschlagen, Alter. Ich wurde von da runter geschlagen, Alter. Warum war denn da kurz so eine krasse Zeichnung? Ich bin da vorne geballert hier gerade. Ich zeichne auf dem ersten Platz, da bleibe ich jetzt. Oh, Alter, was war das denn? Du bist auf dem ersten Platz, Dominik? Ich war gerade kurz auf dem... Jetzt wurde ich hier aber gerade ganz schlimm. Und ich mache hier auch nochmal... Alle machen eine Drehung, das mache ich auch jetzt. Oh, komm, 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 komm. Ich traue mich was, Alter. Ich traue mich was. Boah, Alter. Das war... Es ist einfach... Bist du explodiert? Nice. Es ist eine absolute Farce. So Leute, es tut. Es ist eine absolute Farce. Ja, warum machst du denn auch so... So ein Looping? Ja, stimmt. Das war doch kein Absicht. Ich hatte keine Kontrolle in der Luft. Bitte? Du kannst meine Zuschauer bitte nicht das Gefühl geben, dass wir hier Kontroll... Also Kontrollverlust hätten und keine Ahnung hätten, wovon wir... Also... Nein, ich konnte den Wagen nicht mehr in der Luft... Hä? ...kontrollieren. Warum sind denn die anderen hier Fahrräder? Warum will ich ein Auto? Hä? Ich habe irgendwas ausgelassen! Nein! 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 Ganz am Anfang habe ich was ausgelassen! Hi Tim! Hey Kedos! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Jetzt bin ich nicht... Sag mir bitte, dass du wenigstens... ...14er bist! Ähm... Oh nein! Die Sau, Alter! Ey Tim! Was machst du denn? Woll doch auf mit dem Kram! Oh ne ey! Wie bitter! Wie bitter! Dominik, wir müssen jetzt Gas geben! Komm! Wurde grad so dermaßen vergewaltigt hier vorne! Bitte! Hallo! Dominik! Ich bin einfach grundsätzlich Dominik Sachs! Tschüss! Ciao! Oh man! Da ziehen sie alle vorbei! Das lässt tief blicken! Tief lässt das blicken! Wie dein Dekolleté letzte Woche! Fand ich übrigens sehr sehr schön! Dekolleté? Was? Wie das Kotelett letzte Woche! Da kommt auch der Dibauchi Name! Ja! Dibauchi! Ja! Ich will dich jetzt mal ganz kurz anditschen hier! Oh! Oh! Und ab durch den Tunnel, Alda! Aber sowas von! Schön abgetunnelt! Oh! Oh! Wir sind wirklich hier! Wir sind auch wirklich hier! Kopf an Kopfhren yer! Kopf an Kopf! Ich werd mich jetzt gleich auf dein Gesicht setzen, Dominik. Ja! So viel zu Kock an Kock, ne? Ja! Ja, also das fahren wir den Tetsky hier haben Das ist jetzt und Desktop sehr spannend hier ... Richtig spannend. Tim willst du nicht irgendwie, du willst irgendetwas tun, ne? Du aufhör, aufhör Oh, ich hab, ich dachte schon, ich wär dran vorbeigefahren, Alter Ja, das dachte ich auch kurz, ich habe, ich habe darauf gehofft Und man denkt, scheiß auf den ersten, Alter Das ist ein kleines, kleines Battle zwischen uns hier Das ist wirklich ein kleines Battle Ich würd so gerne auch hier vom, vom, vom Jetski kicken können, Alter So einen schönen Handkantenschlag direkt in deine Fresse, Alter Ich wär aggressiv gerade Oh, ey, Tim, du bist wirklich tiefblickend Fahr mal einen Gang zurück Bitte? Hier wird jetzt die Autos bremst du mir nicht ganz dünnes Eis Ganz dünnes Eis Ganz dünnes Eis Ganz dünnes Eis Ja, also das Rennen ist unfassbar geil Ja Das ist richtig spannend hier, gerade gehypt Oh, oh Wieso fliegt der eine mit so einem Auto? Ach ne, der hat die ganze Zeit diese Rauchwolke, was du letztens meintest Ja, sag ich ja, das ist ein Hack, Alter Der hat die ganze Zeit diese Rauchwolke da Der hat die ganze Zeit diese Rauchwolke da Der sieht aus wie so ein Battle-Mobile, Alter Ist das hier gewollt? Hier, der auch? Hier, zwei, drei Leute, bis genau Ja, angeblich soll's ja ein Bug sein Ich glaub das ist ja noch nicht so ganz Wie das aussieht Wie schon alles als Bugs verkauft wurde So eine fliegende Smog-Kolke Ja, okay, du hörst Ja, du bist... Es ist der Abstand ist ja gleichbleibend die ganze Zeit Das macht natürlich so keinen Spaß Ja Und ich sehe, du hast doch schon wieder die Hacks aktiviert Du hast dich schon wieder an Das stimmt Die Fly-Hacks Den Speed-Hack Guck mal hier, ich fliege die ganze Zeit auf den Rücken, Alter Nee, ihr Crack Das sind die Skills Aber das sind echtes Manchmal auch so auf Partys und sowas Da bring ich manchmal mal die Video-Videos und zeig den Leuten einfach nur so kommentarlos Bringst du den Laptop mit und spielst du ein bisschen GDA für die Leute Ach nee, auch verdammt, jetzt, das war's für mich Ich weiß absolut nicht, wie immer die Helikopter fliegt Ja, das ist aber auch echt ätzend mit den Dingern Ich weiß, ich weiß, dass... Am besten immer den linken Stick nach vorne drücken Und rechts Gas geben Ich weiß absolut, ich weiß absolut nicht, wie das, was das hier soll Und wie das genau funktioniert Wie ich's grad gesagt hab, den linken Stick eigentlich dauerhaft nach vorne drücken Damit ziehst du die Nase nach unten Und mit rechts schwebst du nach oben Ja Und die Combo aus beiden Ich bin irgendwie eher auf... Bist du schon jetzt ganz weit vorne, ne? Ne, ich weiß nicht, vor allem, was für einen Abstand ich hab Das ist unfassbar Der ist aber generell sehr gesplittet hier Was ist denn? Gibt's zwei Runden, oder wie? Ich find Helikopter fliegen einfach unfassbar schwer Bibo macht den Meister Oh, hier hat Kryptomid Ja, das ist es wahrscheinlich Das ist es wahrscheinlich wirklich Das ist der erste nette Satz heute von dir Ja Das stimmt doch gar nicht Natürlich stimmt das Ja, Runde zwei geht los Nein, ernsthaft? Ja, ja, aber ich hab ne Rangehöhung Ich bin jetzt der Don Ja, aber ich bin jetzt erst im zweiten Flugmodus Ja, also ich weiß gar nicht, was ich für ein... Was ihr bitte alles für einen Vorsprung habt Also das macht ja... Ah ne! Bin ich auch 202? Hä? Hä? Ach ne... Ach ne... Ja doch... Hier gab es hier wieder zwei Wege, glaub ich Dominik, schaffst du, komm! Welcher bist du denn Max? Ich bin fünfter gerade, aber ich krieg hier grad heavy problems Sehr gut, sehr gut, sehr gut Ich find das schön, was wir uns alles gönnen immer Ja... Das mein ich nicht darauf bezogen Das mein ich, dass ich es geschafft hab Achso... Achso... Okay... Wie weit bist du denn vor mir inzwischen, Tim? Das geht eigentlich Oh oh Okay Eigentlich geht's gerade, Dominik Das ist nicht so viel, da hab ich jetzt ganz geträumt Das musst du ja wieder gemeistert haben ohne Ende Ne, ich hab dir einfach mit meinem Helikopter das jetzt... Das war ja... Da kannst du ja nix für Ich... Ich glaub ich kann für das alles was machen Ich bin der Mann hinter dem Controller So heißt meine... Biografie Letztens auch wieder schöne Grüße an... Wait4Tube Kennt ihr natürlich auch noch Und ähm... Die hat letztens wieder sehr sehr... Wait4Tube Die auch mal diese coolen Videos von uns gemacht hat Diese 30 Sekündigen... Mashups nenn ich das jetzt mal äh... Vom Bergwerk und so und von uns Heilanstalt und so Kennt ihr doch? Wait4Tube Die hat mal so kleine Clips gemacht Ja, 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 ja Das sagt mir jetzt grad nix Und die hat letztens wieder ein schönes Bild rausgehauen Irgendwie mit so einem Bild von mir Was ähm... Der Christoph von mir gemacht hat Also... Ein guter Freund Der immer diese wunderbaren... Modelfotos von mir macht Und... Da war einer dieser Modelfotos Und da drunter dann Tim Bergmann Autobiografie mit dem Titel Verlieren Lernen Das fand ich sehr schön den Titel Das fand ich wirklich sehr sehr gut Oh nein, jetzt geh wieder Brot fahren Alter, will er mich... Was ist denn hier los? Der will die ganze Zeit auf mir landen Was hat der für ein Problem? Uh, Max Erstmal anschauen bevor du direkt abweisend reinwachst Ey, sorry man Das ist mir zu penetrant Nicht beim ersten Date Panetrant Aber beim zweiten Ja, das ist okay Womit wir dabei Rufis wären Richtig Oder den Raufis Den Raufis Den Raufis Den Weltbekannten Das sind sie Ach, die da oben diese Zeppelin fliegt Auf dem drauf steht Homerun Und ich fühl mich einfach wie ein einziges Out Ach Dominik Ach Dominik Das stimmt doch gar nicht Wisst ihr was? Ja, also ich... Was denn? Ich mach alles anders als sonst Ich mach alles nicht mal anders als sonst Das wollte ich nicht Das wollte ich nicht Das ist aber auch wieder das... Was machst du hier? Ich warte auf dich Das kannst du nicht machen Wir fahren gemeinsam durchs Ziel Okay Greif mir deinen... Greif mir deinen... Gib mir deinen Arm Dominik Okay, warte Gib mir deinen Arm Halb mich fest Halb mich fest Das ist das Ziel in dieser Folge Einmal... Mit dir gemeinsam zelebrieren zu können Schön... Schön wie Max im Innerengrund einfach Einfach rum Rage Das gibt dem Ganzen noch die besondere Note Wir sind fast zu hohen Dieser Helikopfer nimmt einfach so... Nimm einfach so das Speed raus hier Das wird jetzt aber schwieriger mit der Funktion Guck mal hier, wir machen jetzt eine schöne Flütshow hier Alles gleich Max Bleib doch auch mal stehen Komm, wir machen das so... Hey! Hey! Was war das denn hier gerade? Du kleines... Du... Das war aber ein Unfall hoffentlich, ne? Ja, das war natürlich ein Unfall Ganz klar Ich würde jetzt nie die Situation ausnutzen Um vor dir ins Ziel zu kommen Ich wollte schon sagen Ehrlich nicht, ehrlich nicht Wir gehen gemeinsam ins Ziel Hätte ich eiskalt gemacht Auf ne Nasenlänge Genau Und... Ich schau mal Wenn ich ähm... Regelmäßiger wieder in GTA zugange sein werde Dann muss ich einfach... Ich muss auch besser werden Ich muss auch mal... Es ist immer so ein Auf und Ab Muss die Übung muss ich durchgehen Was ist hier los? Oh nein Du bist in der Aufnahme Max Du brauchst dich mit mir Was machst du denn Max? Ja, ich... Ich warte einfach mal Vielleicht können wir das jetzt reden gleich Wenn Max plötzlich so eine Realisation Und der keine Ahnung hat Warum er ein Mikrofon redet Und so... Was ist hier los? Ja... Das ist ja... Das ist großartig Ich warte hier auf euch, ne? Ja... Also wenn ich... Wenn ich Tim hier vorne hab, dann läuft's auch schon... Läuft's wieder ein bisschen besser Oh... Was ist passiert Max? Wieso bist du exploded? Mein Helikopter hat sich am Boden verfangen War das du trotzdem noch? Oder bist du doch? Den Rechten hast du drin, oder? Ja... Mal so abwechselnd, mal so ein bisschen gegensteuern Guck mal wie ich... Was für ein schönes Bild das hier ist Lass uns mal ein bisschen... Ein bisschen uns zurückwerfen Das... Wobei wir... Wir müssen noch beenden, ne? Ja, wär ganz geil so, ne? Aber... Können wir noch, ja? Ne... In 30 Sekunden... Leute... Ihr vergesst alles was ich gesagt habe Ich mach das hier noch Wir können doch auch nicht fahren, Alter Ich bin auch hinter euch Aber das sind noch 20 Sekunden Das mit dem Fliegen hier nimmt so viel Speed Aber das könnte man noch schaffen Das könnte man noch schaffen Sorry, aber jetzt ist mein Ehrgeiz wieder geweckt Ich kann nix dafür Ich kann nix dafür 10 Sekunden Oh Murray, das wird unfassbar kneep Das wird unfassbar kneep Ne, das wird nix Ne, ich flieg auch nicht hoch genug Ne, okay Dann warte ich hier Oder? Oder? Ich hab's doch geschafft Ich hab's doch geschafft Ich hab's doch geschafft Ich hab's doch geschafft Ich bin noch Elfter geworden Ich hab's doch geschafft Ich bin noch Elfter geworden Alter Tim, weißt du Allen sagen, selbst noch Max sagen Waren wir hier in der Runde Und dann... Es tut mir leid, aber ich konnte nicht anders Ich konnte nicht anders Ich konnte nicht anders Was meinst du, wie oft ich die gerne... Wie früher auch bei Bergsteuern mal gerne verloren hätte Weil da sympathische Kandidaten dabei waren Und ich konnte nicht Ich konnte nicht anders als in der letzten Runde zum Zerstören Gut Aber es ist eine weihnachtliche Zeit, Leute Ich hab' ihr versprochen Weihnachten wird hier von uns dreien ganz besonders zelebriert Deswegen einfach mal auch in anderen Mitmenschen die Hand greifen Die Hand hat er angreifen Und ab in die Kanalisation Alter, Ueli hat 70.000 gekriegt, Alter Was geht ab? Ja, Tim Ja Ich sag dir jetzt was Ja Der Tag wird kommen Der Tag wird kommen An dem ich vor dir ins Ziel gehe An dem du vor ihm letzter wirst, ne? Und im besten Fall hab' ich Max noch fest an der Hand Der Tag wird kommen Vielleicht hast du jetzt noch Das ist doch kein Problem Ich freu' mich doch Also es ist doch nicht so, dass ich mich nicht darüber freue, wenn ihr ins Ziel kommt Psch Ganz ruhig Ganz ruhig, du Zurück Okay Hier sind noch ein paar Videos Ja, ähm Und ansonsten Haut rein Lasst gern ein Abo da Und hier ist auch noch cooler Merch Den ihr euch anschauen solltet Macht's gut Tschüss Tschüss Dominik hat die letzten Worte Der Tag wird kommen Ja 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 Mach Ja